Komm zu dir! Sag mal, wie heißt du denn mit dem grünen Kappern? Wer bist du denn? Oliver. Oliver, komm her, komm her. Na, da schaut ihr was. Darf ich euch Oliver vorstellen? In die Nachbarn ausnehmen? Hallo, du, ich freue mich richtig, dass du mich verstehst. Magst du Igel? Ja. Also ich bin mir sicher, du bist ein Menschenkind, das gerne auf uns Igel aufpasst, nicht wahr? Ja, und es ist super, auf die Igel aufzufressen, sagt man Max und Würmer auch. Ja. Na, dann müssen wir ihn auf jeden Fall in die Gartenwand. Das machen wir ja. Oliver, steh dich hierher und es geht schon wieder los. Gartenwanke, eins, zwei, drei, Kommt man mit sein auch dabei. Blöten, Luft und Kräutersamen, Sag uns bitte deinen Namen. Oliver, 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 Oliver! Gartenwandel, eins, zwei, drei, Oliver ist jetzt auch dabei. Tschüss.